Herzlich willkommen in Meister Frickels YouTube-Studio. Endlich wird mein YouTube-Studio mal richtig benutzt, weil ich muss bei meinem T4-Bus das Zwei-Maschen-Schwungrad wechseln. Und dies fangen wir in diesem Video an. Viel Spaß bei diesem Video. So Leute, ich habe gerade gesagt, in diesem Video fangen wir damit an. Das bedeutet nicht, dass jetzt in einem Video komplett das Zwei-Maschen-Schwungrad gewechselt wird. Das wäre zu komplex. Deswegen, das wird auf jeden Fall ein Mehrteiler. Und in diesem Teil fangen wir erstmal an, die Karre so ein bisschen zu zerreißen und zu gucken, was wir machen müssen. Vorab, meine Information ziehe ich mir aus Wiki. Also Wiki T4. Dort werde ich mir die Information selber rausholen und danach werde ich mein Zwei-Maschen-Schwungrad wechseln. Dies soll aber nicht eine Anleitung werden, wie ihr euer Zwei-Maschen-Schwungrad wechselt. Weil ich selber muss mir meine Information auch aus Wiki und Co. holen, um meinen Zwei-Maschen-Schwungrad zu wechseln. Das bedeutet, ich kann auch Fehler machen und ich kann auch Fehler zeigen. Das sollte euch bewusst sein. Wenn ihr sowas nachmacht, kann es auch zum Motorschaden führen. Alles, was ich hier zeige, ist nur des Zeigenswillens und nicht zum Nachmachen geeignet. Da solltet ihr euch auf jeden Fall professionellen Rat holen, wenn ihr da überhaupt gar keine Ahnung von habt. Zum Material ungefähr, also hier Zwei-Maschen-Schwungrad nehme ich von Luke. Dann haben wir hier noch eine Dichtung, die ich brauche. Dann haben wir noch extra Werkzeug, Motorträger und Getriebeheber. Habe ich auch noch einen besorgt, ich weiß nicht, ob ich ihn brauche. Und andere Sachen, da werde ich aber so nach und nach im Video ein bisschen drauf eingehen. Warum habe ich mich für das Zwei-Maschen-Schwungrad von Luke entschieden? Und vor allem auch für Zwei-Maschen und nicht auf Ein-Masche umgestiegen? Weil das Auto fuhr jetzt 280.000 Kilometer sehr gut mit dem Zwei-Maschen-Schwungrad. Und so soll es auch bleiben. Auf Ein-Maschen-Schwungrad umbauen halte ich persönlich nicht so viel. Da gibt es genug Sachen im Internet, die man so findet. Die einen sagen super, die anderen sagen nicht so gut. Dann gibt es welche, die sagen ja von der Anfahrt her ruppig. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich mir dann mit so einem Ein-Maschen-Schwungrad quasi mein Getriebe den Rest gebe. Und das muss ich nicht haben. So ein Zwei-Maschen-Schwungrad ist halt komfortabler, weil halt die Masse durch die Federn da drin so ein bisschen gedämpft wird. Und das nicht sofort aufs Getriebe schlägt. Und deswegen habe ich mich wieder zu einem Zwei-Maschen-Schwungrad hinziehen lassen. Die geht auch von Sachs und so. Aber wie gesagt, ich habe das Look genommen. Ich habe hier so ein Komplettsystem gekauft. Da ist einmal Ausdrucklager komplett. Und dann haben wir hier das Zwei-Maschen-Schwungrad. Was bei mir jetzt schon ein bisschen länger liegt. Ich habe mir das schon vor einem halben Jahr besorgt. Und aber mich sehr davor gespannt ist, es einzubauen. Naja, jetzt ist es mittlerweile so, dass ich, wenn ich im Stand stehe, dass das Auto unruhig ist. Man merkt halt immer dieses Wackeln. Das hat er eigentlich schon von Anfang an gehabt. Nur langsam wird es immer schlimmer. Plus, wenn ich mittlerweile so leicht berghoch stehe und anfahre, dass die Kupplung quietscht beim Anfahren. Sehr lästig. Ja, und deswegen will ich jetzt mal hier ja, das schöne Teil mal tauschen. Hier bei dem Zwei-Maschen-Schwungrad ist alles schon fertig montiert. Ich brauche also nur hingehen, das komplette Zwei-Maschen-Schwungrad wechseln, weil die Kupplung hier auch schon zentriert ist. Ich hoffe, das passt noch soweit. Und alles schon eine Einheit ist. Schrauben sind auch schon drin. Wie ihr hier seht, ich hoffe, ihr seht das, hier sind die Schrauben drin. Ja, und das soll dann in den Bus rein. So, Leute, ich habe mich mal ein bisschen schlau gelesen, jetzt hier bei Wiki und Co. Dort wird genau aufgeschlüsselt, was man so machen soll. Ladehofkühler abbauen, Frontgrill, Blinker und Blender abbauen. Kühler vorklappen und, und, und. Unter anderem Batterie abklemmen. Das mache ich jetzt als allererstes. Nicht, dass ich das hinterher noch vergesse, weil es wichtig ist. Und dann werden wir wirklich eins nach dem anderen durcharbeiten. Macht immer die Minuspol zuerst oder macht die Minuspol los, macht den ab. Weil wenn ihr da mit dem Schlüssel zufällig beim Pluspol an eine Karosse kommt, seid ihr am Arsch. Ab jetzt gehe ich der Reihenfolge von Wiki nach. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und der Team mit dem Schraubenschlüssel, der steht auch bei Wiki, voll gut, man kann aber auch einfach einen Holzschutz dazwischen machen, aber so ist das Ding ja noch fest. Hier einfach Schraube reingemacht, extra hier die alte, die vorher drin war, fertig. So, als nächstes steht bei Wiki Motorabfang. Aber ansonsten steht da nichts weiter, keine Beschreibung oder sonst was. Deswegen musste ich mir dann ein bisschen was ausdenken. Deswegen bin ich hingegangen und habe mir eine Motorbrücke gekauft. Warum eine Motorbrücke? Weil ich diese auch für andere Fahrzeuge verwenden kann. Und ich denke mal, ich brauche mir jetzt nicht ein Werkzeug kaufen für ein Auto, sondern kann man ihn auch für andere Autos benutzen. Original ist bei VW so vorgesehen, dass ihr das Getriebe und den Motor von unten abfangt. Da gibt es dann extra ein Konstrukt. Ich blende euch mal eins ein. Und an diesem Konstrukt könnt ihr sehen, dass dieses vorne und hinten unten festgemacht wird. Dann kann man den Motor dort abstützen und im späteren Zuge auch absenken. So, das müssen wir beachten, dass wir dieses auch später absenken können. So, einmal zu meinem Konstrukt, was ich hier gemacht habe. Eine ganz normale Motorbrücke gekauft. Das ist auch wirklich hier auf der letzten Rille am Ende, wie ihr da seht. Aber es passt trotzdem. Ich werde euch natürlich die Motorbrücke unten verlinken, damit ihr keine falsche kauft oder eine zu kurze. So, und dann bin ich aber hingegangen und habe dieses alles noch ein wenig an meinem T4 angepasst. Und das zeige ich euch einmal kurz. So, in erster Linie, wo habe ich angepasst? Ich bin einmal hier vorne hingegangen. Da ist ein Haltepunkt. Und dort hinten drin ist noch ein Haltepunkt. Der ist hinter dem Krümmer. Der ist auch eine Öse, eine Lasche. Dann gehen zwei Ketten nach oben. Werden hier zusammengeführt. Und gehen dann hier auf die Spindel drauf. Und darauf zu achten ist, dass die Spindel bitte ziemlich weit oben ist, dass ihr später, wenn ihr den Motor losgemacht habt, auch die Möglichkeit habt, ihn mit der Spindel runter zu lassen. Das ist ultra wichtig. Als nächstes seht ihr ja, dass der T4-Bus hier, ich sage mal, ziemlich harte Schrägen hat. Der Vorteil hier ist zum Beispiel, wir klemmen hier automatisch diese Gummipuffer ein, weil hier was breiter ist und hier was schmaler. Und dadurch klemmt sich der so ein bisschen ein. Das ist schon mal super gut. Gut, dann haben wir hier die Möglichkeit, ein bisschen zu verschränken. Ihr seht, ich bin hier quasi auf Anschlag. Hab den verschränkt, gut festgemacht. Und ganz wichtig ist, sichert dieses Teil ab, dass es nicht wegkippen kann nach vorne wegen der Schräge. Dort bin ich hingegangen, hab einfach einen Gurt genommen und habe den hier an der Motorhaubenhalterung festgemacht. Hier am Ende auch und hier auch nochmal drei Sicherheitspunkte, damit auf jeden Fall die Motorbrücke nicht nach vorne wegkippen kann. Weil wenn der Motor einmal dran hängt und ihr fangt daran zu arbeiten, solltet ihr 100% sicher sein, dass dieser auch da bleibt, wo er soll. Weil ich habe keinen Bock, dass irgendeiner von euch wegen so einer Scheiße erschlagen wird. Nächste Schritte. Also Batterie abklemmen haben wir gemacht, Motorwanne abgebaut, haben wir Motor abfangen. Wie gesagt, da steht nur Motor abfangen, da steht keine Erklärung bei. Rad und dann Antriebswelle links abschrauben. Stoß, also nächster Schritt, Rad und Antriebswelle links abbauen. Darunter steht dann Stoßdämpfer links abbauen. Also ich fange jetzt natürlich an, erstmal Rad abzubauen und die Antriebswelle links. Um die Antriebswelle loszukriegen, stellt ihr den Wagen einmal mit Reifen auf den Boden, macht die Antriebswelle los und dann könnt ihr das Rad abnehmen. Tja Leute, und wenn das Werk sich nicht das hält, was er verspricht, dann sieht es danach so aus. Übel! Übel! Oder so. What the fuck? Einfach abgeschert. Und mit dem Teil habe ich damals die Schraube losgemacht von meinem Schwingungsdämpfer. Da sind drauf 680 Newtonmeter. Jetzt muss ich aber mal gucken, jetzt wieder beim Fratzen schneiden. So Leute, wenn der Schrotthändler bei dir in der Nähe ist und du kennst den gut, dann kriegst du auch die Nuss mit der richtigen Aufnahme. Versuchen wir es mal wieder. Und dann versuchen wir es mal wieder. Und dann klappt das auch. Wie war das für günstigkauf? Kauf zweimal, ne? Ich glaube, ich sollte mich mal nach einem neuen Werkzeugkoffer umgucken. In der Beschreibung steht, Rad und Antriebswelle links abschrauben. Darunter Stoßdämpfer links abschrauben. Ja, ich habe jetzt hier die Antriebswelle losgemacht. Hinten die Antriebswelle mache ich aber erst los, nachdem ich den Dämpfer ausgebaut habe. Dann komme ich besser an die Schrauben. Wenn ihr die Schraube zurückhaut, empfiehlt es sich, nicht direkt einen Stahlhammer zu nehmen, sondern eher so etwas wie einen Gummihammer. Autsch, das war scharf. Weil damit verletzt ihr dann eure Schrauben nicht. Und so ein Dorn erleichtert eure Arbeit auch ungemein. Schon haben wir eine Hand. Als nächstes gehe ich jetzt wieder den Schritt zurück und mache die Antriebswelle am Getriebe los. Um die Antriebswelle gegenzuhalten, stecke ich einfach hier in die doppelt belüftete Bremsescheibe und Schraubenzieher rein. Damit ist es fixiert und dann kann ich ganz gemütlich die Schraube losdrecken. Und das machen wir jetzt Stück für Stück. Nachdem die los ist, macht ihr die Zentralschraube komplett los. Und die schmeißt ihr bitte weg. Die dürft ihr nicht nochmal benutzen. Es ist eine Dehnschraube. Die müsst ihr neu haben später. So, weiter geht es in der Beschreibung. Motorlager links ausbauen. Ich habe den Wagen wieder weit runtergelassen. Dazu müssen wir auf jeden Fall unsere Motoraufhängung schon sitzen haben. Dass so alles stabil ist. Wenn ihr das auf den Boden macht, könnt ihr das auch eventuell abstützen. Wie auch immer. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir unser Motorlager finden. Übrigens 16er Nuss. Ich gehe jetzt hin. Jetzt beide anlösen. Und ihr müsst sicher sein, dass hier alles schon auf Spannung ist. Der Motor hängt schon komplett in der Motorbrücke bei mir. Normalerweise müsste ich jetzt alles in einen abschrauben können. Die ist so einigermaßen los. Die auch. Das heißt, der Motor hängt auf jeden Fall hier oben im Gestell. Dann kann ich die Schrauben komplett lösen. Motor ist los. Weiter geht es in der Beschreibung. Schusssemfer links abbauen haben wir gemacht. Linken Motorlager abschrauben und Motor soweit absenken, dass der Auspuff nicht auf dem Lenkgetriebe aufliegt. Das mache ich jetzt. Dazu gehe ich jetzt hin. Drehe hier an meiner Spindel. Lasse den Motor langsam ab. Und gucken wir, ob wir das richtig gemacht haben. Der hinterste ist jetzt lose, weil hinten ist ja auch noch ein Motorträger. Wir haben einen Motorträger rechts, äh, einen Motorträger rechts in Fahrtrichtung, einen Motorträger links in Fahrtrichtung und einen zum Führerhaus gesehen. Da ist der Motor auch nochmal angepflanscht und deswegen lässt die hinterste Kette jetzt nach. Ist für mich aber in Ordnung. Und jetzt lassen wir mal weiter ab. Und ich kontrolliere immer mal zwischendurch nochmal die Gelenkwelle und andere Bauteile, ob da irgendwo was hakt, schleift, aufliegt oder sonst was. So, ich habe geguckt. Ich habe noch so viel Platz zwischen Auspuff, ähm, Hitzeblech und mein Lenkgetriebe. Wie ihr seht, das Getriebe ist soweit abgehangen, wie es jetzt geht. Es liegt hier auf. Und das hat hier aufgelegen. Hier auf, in den Put aufgelegen. Und, äh, das mit der Lenkgetriebe. Da habe ich jetzt noch ganz wenig Spiel. Und jetzt, äh, als nächstes steht in der Anleitung drin, ich möge bitte den Anlasser ausbauen. Und das machen wir natürlich jetzt. Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Anlasser oben drin zu lassen. Der hängt quasi noch an Kabel. So mal ein paar Strippen. Macht den fest, dass der mich nicht stört und dass er nichts verletzen kann. Und dass ich das Getriebe trotzdem rauskriege. Dann brauche ich die Kabel davon nicht losmachen. Äh, habe ich mir keinen Bock drauf. Leute, da ich jetzt ein Problem sehe, wenn ich später mal das Getriebe rauszuholen möchte, stört mich von unten immer noch der Motorträger. Das hat schwarze Ding da oben. Den habe ich schon, dieses hier, den habe ich ja von oben schon losgemacht. Das heißt, ich brauche nur die beiden Schrauben lösen. Dann hätte ich den weg. Und dann könnte ich das Getriebe später zu mir ziehen. Also in unsere Richtung gerade. Das nächste ist, hier ist hier. Die Gelenkwelle, die werde ich jetzt auch noch komplett ausbauen. Dazu löse ich jetzt einmal die beiden Schrauben hier und hier. Oder ich könnte diese lösen, aber ich gehe hin und mache hier und hier los. Es scheint mir jetzt einfacher. Dann kann ich dann nach hier wegziehen. Dann hätte ich ein bisschen mehr Luft und kann die Steckachse ziehen. Dann hätte ich ein bisschen mehr. und dann haben wir das gute stück in der hand das motorlager hat dann noch mal zwei schrauben die ein bisschen versteckter sind damit wir da gut dran kommen ich habe den wagen abgelassen und ich zeige euch einmal genau wo es ist weil es ein bisschen versteckt da ist das kühlwasser system und dann geht ihr runter und am ende von der ratsche deswegen habe ich die extra bringen lassen da sind zwei schrauben hintereinander und diese dann auch noch fürs motorlager damit wir das gleich komplett entnehmen können und dann baut ihr noch dieses teil aus das ist am obersten teil die ich zuerst geschraubt hat und das hier das ist das teil was am rahmen fest ist und das nimmt die auseinander sonst kriegt ihr diesen motorträger nicht raus weil keine chance ich den gar nicht bewegt weil ich das motorlager nicht raus bekommen musste ich noch mal eben den anlasser komplett ausbauen ich habe ihn vorher hoch gehangen den bildern habe ich doch so gesehen hat der hochgehangen war aber da ich jetzt das motorlager komplett rausnehmen möchte habe ich den auch noch schon rausgenommen waren er jetzt auch nur noch ein stecker und das plus kabel hier lege ich mir weg und dann ziehe ich das motorlager aus da ist das monstrum ist schon ziemlich groß hier übrigens waren die kabel dran eins vom anlasser und ein anderes da sind hier so clips sie könnt ihr mit einem schraubenzieher einfach aufhebeln dann sind die offen und dann könnt ihr die kabel entnehmen zwei stück an der zahl jetzt habe ich die komplette motorlager raus und kann dann jetzt noch vernünftig arbeiten und vor allem deswegen habe ich es eigentlich auch rausgeholt vielleicht hätte es auch gereicht dieses auch hoch zu hängen aber damit ich euch noch zeigen kann was ich da tue habe ich es ausgebaut sonst können wir die nächsten schritte nämlich nicht zusammen machen die wären nämlich wir gucken mal der letzte schritt war anders ausbauen habe ich jetzt komplett gemacht kupplungsleitung abziehen kommt jetzt danach einige stecker abziehen tacho und was wir noch so haben alles was irgendwie am getriebe hängt muss jetzt abgezogen werden kleiner tipp von mir macht einfach fotos aber geht hin macht jetzt fotos von dort was ihr so abmacht damit ihr wisst erstmal wisst was ihr abgemacht habt um zum zweiten wo gehört der stecker überhaupt hin und manchmal hat man beim einbauen gar nicht mehr so auf dem schirm da guckt man halt die bilder durch ach ja der stecker ach ja der stecker der stecker nur so ein kleiner tipp von mir deswegen wenn ich mir jetzt mein handy schnappen und paar fotos machen so leute das war der erste teil von der reihe wie ich mein zwei massen schwungrad mit der beschreibung von wiki wechsel ich habe gerade noch einen post gemacht bei facebook und instagram übrigens könnt ihr mich da auch gerne verfolgt dort gebe ich hin und wieder mal ein update von den sachen die ich jetzt gerade in diesem moment mache das heißt ihr seid dann auch auf dem laufenden und wisst was in zukunft dann bei youtube also hier kommt für dieses video würde ich mich für einen daumen hoch mega freuen abonnieren dürfte meinen kanal natürlich auch abonnieren das kostenlos vergesst bitte nicht die glocke zu aktivieren und ansonsten bis nächste woche sonntag euer meister frickel haut rein abonieren 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 abon ήταν